Meine Damen und Herren, Werner Schäfer bittet um Vorstellung der nächsten Kämpfer. In der Gewichtsklasse 75 Kilogramm der Union stehen sich gegenüber Rotec Assumit Balaev gegen Hedi Naseev aus Nullheim. Diesmal aus Kemp, Agri Masken fix und fertig. Der Anführer hat mich geschickt und dann gefragt, ob Sie den Kampf so schnell wie möglich von mir reinsteigen können. Dienstag etwa. Ringfrei Runde 1. 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 Komm, komm, Stadion! Schlag, Hazi! Ruhiger! Komm, Alter! Komm, Alter! Willst du wohl springen? Schlag! Klaget, Schlag! Klaget, Klaget! dich, 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 dich! Schlaget, Klaget, Klaget! Schlaget! Wir sind Vorsitzig! Vielen Dank. Arbeit, Mensch! Arbeiten! 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 Assumat Badael, der Kipp an der Roten Ecke von Esselsteele, bestreitet heute seinen zweiten Kampf. Betreut wird er von Mohamed Jakubi. Ich möchte noch nachreichen, dass dieser Kampf über drei mal zwei Minuten geht. Ringfrei Runde 2. Runde 2. Weiter, 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 weiter! Ruhlen! Ruhlen! Wirkte Schlage! Nachbarnung! Ruhlen! Platz 1 Ruhlen! Ruhlen! Zwei, 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 Zwei. Zwei, 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 Zwei. Zwei, 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 Zwei. Zwei, 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 Zwei. 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 Zwei, 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 Zwei. Zwei, Zwei, Zwei. Zwei, Zwei. Zwei, 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 Zwei. Zwei, 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 Zwei. Zwei, 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 Zwei.